Deine Mutter weiß nichts? Was ist denn das für ein Typ? Bitte? Na ja, der Typ hat dir quasi eine Wohnung geschenkt. Das ist doch nicht normal. Ich habe eben viel für ihn gearbeitet. Na, gebet dir. Da muss was gewesen sein. Da war nichts. Ist das jetzt gut? Du hast ihm was versprochen, oder? Eude, was ist das für ein Leben? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Hey. Halt, Maul! Halt, Maul! Halt! Vielen Dank.